Fortuna Düsseldorf hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und Trainer Mike Büsgens entlassen. Das teilte der Zweitligist am Tag nach der 0-2-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC mit. Die unbefriedigende sportliche Situation nach vier Pleiten in den vergangenen fünf Punktspielen bewog den Vorstand dazu, sich von dem im Sommer verpflichteten Hoffnungsträger zu trennen. Nach der insgesamt siebten Saison-Niederlage hat sich die Fortuna kontinuierlich den Abstiegsplätzen genähert. Ein Nachfolger für Büsgens steht noch nicht fest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017